So, jetzt müssten wir nämlich genau das Gegenteil haben. Und zwar haben wir jetzt kein Push-Through, sondern ein Pull-Out-System. Und das Pull-Out-System ist auch bitter nötig, denn wir sehen hier, dass das noch 7, 6, 2 x 44 mm Randpatronen sind. Und so eine Randpatrone, die kannst du ja nicht rauspushen. Da wäre ja der Rand im Weg, der wird sich ja hier verheddern. Und deswegen ist das hier ein Pull-Out-System. Übrigens, kleiner Fun-Fact am Rande. Dieser Deckel hier wurde nach dem Ersten Weltkrieg eingeführt. Und zwar ist das hier ein wassergekühltes MG. Und zwar ist dieser Deckel hier dazu da, um das Ding aufzumachen, um es mit Schnee vollzustopfen. Die haben nämlich unironisch, da einfach wenn die kein Kühlwasser mehr hatten, haben die den Deckel aufgemacht und haben einfach Schnee reingepresst. Beste Kühlung ever. Übrigens haben wir hier auch Spatengriffe mit einem Schmetterlingsab. Upsala, ich wollte da gar nicht draufdrücken. Ein Spatengriff mit einem Schmetterlingsabzug. So, ich möchte hier erstmal so Zeitlupe und dann möchte ich ausblenden. Das ist ein richtig dicker Kasten. So, welche Elemente haben wir denn nochmal in diesem richtig dicken Kasten? Das ist ja ein Maximum MG, das ist ja nicht so schwer. Das ist auch... Dieser Hebel wird noch relativ wichtig, weil er eine Art Steuerkurve ist. Und hier ist meine ich, genau, hier in diesem großen Gehäuse ist die Feder versteckt. Und es gibt Versionen davon, ich meine das MG08, das deutsche hatte das, das hatte hier so einen Schieber. Da konnte man die Feuergeschwindigkeit einstellen. Und bei ganz alten Versionen von Maxim MG war eine Uhr eingebaut. Und diese eingebaute Uhr konnte dafür sorgen, dass man einen Schuss die Minute abgeben konnte, vollautomatisch. Das war dazu gedacht, dass man zum Beispiel so einen MG auf eine Bresche in der Mauer ausrichtet, dann einfach die Uhr einstellt, dann auf den Feuerknopf arretiert. Und dass das Ding dann, ohne jeden Soldaten dabei zu haben, einmal in der Minute halt in diese Mauerbresche reinfeuert. Das hat sich im Endeffekt als nicht sehr praktisch herausgestellt. Aber es ist eine witzige Geschichte, dass es sowas gab. So, wie sah das denn nochmal aus? Hier haben wir den Kasten. Ich glaube, das hier ist auch nur Kasten, das ist auch nur Kasten. Dann müssten wir hier langsam das... Entschuldigt, das Kniegelenkverschluss haben. Hier müssten wir das Pull-out-System haben. Wo ist denn... Ah ja, hier ist der Lauf, der ist... Das Schild stört, das ist unglaublich dick. So, theoretisch weiß ich, wie es funktioniert. Ich muss nur die ganzen Teile wiederfinden. So, das Ding arbeitet teilweise auch ein bisschen merkwürdig. So, feuern wir. So, wir feuern. Indem wir hinten den Abzug durchdrücken. So, ach so, hier unten. Ich bin mit dem MG08 so lala vertraut, mit der russischen Version nicht so ganz so. Das Ding ist auf jeden Fall, was auffällt, also was auffällig ist für diesen MG-Typ, ist das Ding hier aufschließend und nicht zuschießend, was ein bisschen merkwürdig anmuntet. Und ein Ding sagt mir, dass ich die erste Stunde rum habe. Ich mache aber noch eine Stunde. So. Oha, viel umbaute Luft. Ja, ja. Die konnten damals noch nicht so ganz so enge Gehäuse fertigen, also deswegen sind die ein bisschen groß und sind relativ hohl innen drin auch. So, der Hammer hier unten schlägt dann auf den Zinnstift. Das Ganze bricht. Jetzt bewegen sich, und zwar bewegen sich Lauf- und Verschlusskommunerat zusammen zurück, bis es zu einer Entriegelung kommt, weil... Ach ja, genau, das ist auf der anderen Seite, das ist ein bisschen merkwürdig. Und zwar haben wir hier einen Kniegelenkverschluss. Das ist ähnlich wie bei der Luger, das ist steif. Und der hintere Teil ist allerdings mit diesem Teil hier außen verbunden. Warum auch immer die das nach außen gebaut haben. Ich meine, die hatten ja mehr als genug Platz drin. Dieses Ding hier, also diese Kurve hier, also diese Steuerkurve, wird gegen dieses runde Ding hier gepresst. Dadurch wird im Inneren der Kniegelenkverschluss nach unten gedrückt, was ein bisschen merkwürdig anmutet. So, dabei passieren dann auch mehrere Sachen. Und zwar sehen wir hier oben, hier oben haben wir den Ziehsystem. Und zwar haben wir hier oben so ein Ding, das in der Lage ist... Meldekube13, moin, bin wieder da. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich allerdings auch über die ganzen 13 Zuschauer hier. So, hier oben wird eine Patron, also eine neue Patrone an ihrem Rand, mit dieser Kralle hier, aus dem Gurt herausgezogen. Während die andere Patrone, also die Patronenhülse, die jetzt bereits verschossen ist, ebenfalls herausgezogen wird. Jetzt haben wir hier auf diesem Schieber, also hier auf diesem vertikalen Schieber, ist ein bisschen schwierig zu sehen, haben wir jetzt zwei Patronen. Eine frische von oben und eine alte von unten. Und während des Rücklaufes wird dieser Schieber hier abgesenkt. Und zwar dadurch, dass, wie ich meine, dieses Ding hier auf dieses Ding hier, also dieses graue Ding hier, auf dieses dunkelgraue Ding hier einwirkt, was halt hier diesen Schieber nach unten gleiten lässt. So, jetzt geht das weiter nach unten. Ach so, stimmt. Genau. Hier oben sind zwei Blattfedern und diese Blattfedern drücken das nach unten. Und das Ding wird von diesem Ding hier nicht nach unten gezogen, sondern nach unten gelassen. Jetzt passiert folgendes. Jetzt ist das Ding fast ganz nach hinten angekommen. Jetzt geht das Ding nach vorne. Und wir haben hier zwei Einrichtungen. Wir haben hier zwei Löcher. Einmal das Loch, was in die Patronenkammer führt. Und einmal ein Loch, was hier nach vorne führt. Und zwar haben wir hier vorne so eine Art Röhre. Das wird später nochmal in ähnlicher Form verwendet. Beim FN2000, also bei dem belgischen Sam-Fischer-Gewehr. Und jetzt wird zugeführt. Übrigens haben wir jetzt einen Lauf, der wartet. Also einen kurz zurückleitenden Lauf mit Wartestellung. Das heißt, dieser Lauf hier wartet auf das Verschlusskomplomat. Jetzt werden beide Sachen sozusagen zugeführt. Die frische Patronen des Patronenlagers. Die alte Patrone in die Patronenhülsenröhre. Hat das ein deutsches Wort? Junkpipe. Heißt das, glaube ich, auf Engl. Hat das einen Namen? Wüsste ich jetzt nicht. Was macht der Topf Taschanka unten in der linken Ecke? Unten in der linken Ecke? Ich sehe da keinen Knopf Taschanka. Man merkt, dass das Ding alt ist. Ja, das war eines der ersten. Also es ist ja auch noch ein Maxim-MG. Es ist halt nur ein bisschen verändert worden. Das war eines der ersten gut funktionierenden Maschinengewehre. Und auch jedes Land hatte eins davon. Die Briten hatten das Vickers. Die Deutschen hatten MG08. Später MG0815. Später MG0818. Die Russen hatten das hier als Maxim 1910. Und es gibt noch andere Versionen davon. Ich meine, die Amerikaner hatten auch ein sehr stark verwandtes System. Under Safety, okay. So, jetzt wird zugeführt. Jetzt geht das wieder her und, upsala, verriegelt. Und jetzt geht der Lauf auch wieder nach vorne. Und sobald das Ding fast vorne angekommen ist, geht der Schieber wieder hoch. Das heißt, der Schieber verlässt die Kontrolle der Patronenhülse und geht nach oben. Und komischerweise wird hier irgendwie die Patronenhülse, die nächste nach vorne ausgestoßen so ein bisschen. Ja, da ist ja auch relativ viel Wucht drin. Und jetzt haben wir wieder drei Patronen auf drei Ebenen. Eine frische im Gurt, eine frische im Patronenlager und eine verschossene unten in dieser Abfallröhre. So, und das Ganze wird halt dadurch verriegelt, dass halt hier, wie nennt sich das, das hier ist halt starr. Und weil das starr ist, kann das nicht voneinander weg, solange, bis sich das trennt. Und das trennt sich dann, wenn das Ding hier gegen diese Steuer, Steuerfass, Steuer, Steuerding gedrückt wird. Und das heißt, wir haben einen kurz zurückleitenden Lauf über Kniegelenkverschluss. Was auch noch interessant ist, ich gucke mal, ob das ein richtig dargestelltes Gassystem hat. Denn was vorne hier in diesem Mündungsding passiert, ist auch nicht uninteressant. Weil das hier ein sogenannter Rückstoßverstärker ist, den wir schon beim MG42 so ähnlich gesehen haben. Ich gucke mal, ob das Gas animiert ist. Nein, leider nicht. So, was passiert? Und zwar sieht das so aus, dass hier, also hier, da, 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 so ein bisschen größer. Upsala. So, aus diesem Loch kommt das Geschoss raus. Dann geht das Geschoss nochmal hier durch. Und hier in diesem Zwischenraum kann sich dann Gas sammeln. Das heißt, hier sammeln sich Pulvergase. Und diese Pulvergase, die sich hier drin sammeln, die sorgen dafür, dass sie den Lauf antreiben. Ihr seht ja hier, dass der Lauf hier vorne dicker ist. Der ist hier vorne nicht dicker, um die Waffe präziser zu machen, das wäre ein bisschen unsinnig. Sondern er ist hier vorne dicker, weil der Lauf ist sozusagen sein eigener Gaskolben. Das heißt, hier drin sammelt sich also Gas in so einer Art Reservoir, welcher auf den Lauf drückt, was dafür sorgt, dass der Lauf mit einer stärkeren, upsala, dass der Lauf mit sehr viel mehr Energie nach hinten gedrückt wird. Und würde man hier vorne das Ding einfach abschrauben, dann wäre die Funktionssicherheit nicht mehr gegeben. Und das Ganze geht so lange, also das Gas, was sich hier gesammelt hat, drückt das Ganze so lange nach hinten, bis der Lauf in etwa... Eigentlich müsste er jetzt weiter nach hinten kommen. Oder? Moment. Ah ja, hier sieht man so ein bisschen. Ah, ist ein bisschen falsch dargestellt. Eigentlich müsste der Lauf noch ein bisschen weiter nach hinten gehen. Und zwar so weit nach hinten, dass der Lauf in etwa hier ist. Dann würden die Pulvergase, die sich hier in dem Reservoir gesammelt haben, könnten dann hier an der Seite lang. Und hier sind ganz viele Löcher, also Gasentlastungsbohrungen. Die sorgen dafür, dass das überflüssige Gas aus dem Reservoir ausströmen kann, damit der nächste Schuss kein Altgas mehr hat. Altgas ist der Begriff, welchen man benutzt. Das ist der Gasdruck vom Schuss davor und Altgas kann die Funktion stören. Meistens geht Altgas her und sorgt dafür, dass ein unnötig großer Druck auf den Verschluss ausgeübt wird oder dass die Feuergeschwindigkeit erhöht wird. Wenn man jetzt also hergehen würde und würde diese ganzen Löcher hier, also diese ganzen Löcher hier alle zustopfen, dann hätte die Waffe eine höhere Feuergeschwindigkeit. Ich weiß allerdings nicht, ob das jemals irgendjemand auf diese dumme Idee gekommen ist, das hier gemacht zu haben. Das Ding hier oben ist, soweit ich das weiß, allerdings hat nichts soweit mit der Waffe zu tun. Das ist ein Kolbensystem, was man dafür braucht, wenn man an dieses wassergekühlte MG hier dann noch einen Wasserreservoir anschließt. Und zwar gibt es für viele wassergekühlte MGs dann nochmal so ein Wasserreservoir, was immer das Wasser durchpumpt. Also früher hatte man Pumpen, da hatte man jemanden, der hat dann den Patronengurt gehalten und hat dann gleichzeitig immer noch so ein bisschen gepumpt. Später hatte man dann spezielle Verdunstungssysteme, sodass heißes Wasser automatisch abgelassen wurde und automatisch durch Unterdruck, meine ich, durch Neues ersetzt wurde. Allerdings mit Pneumatik kenne ich mich so gar nicht aus. Pack das Teil, glaub auf eine Kutsche. Ja, hat man im Russischen Bürgerkrieg gemacht, die nannten sich dann Taschankas. Über Scope der Button. Taschanka? Ach, der hier. Achso, dann muss ich das erst zu Ende ablaufen lassen. So, hier sind wir nochmal hier. So, jetzt kann das Ganze verriegeln. Übrigens sorgt halt dieser Kamm dafür, hier ist auch noch eine Aussparung drin. Übrigens sorgt dieser Kamm dafür, dass der Verschluss auch nicht so ganz so schnell wieder zurückkehren kann, bevor er nicht mit allem fertig ist. So, jetzt klatscht das Ding. Stopp. Ja, wieder zurück. Ach, jetzt habe ich es ausgeblendet. So, und zwar klatscht dieser Hebel. Ach, hier sieht man es ja perfekt. Das ist ja so. Und zwar klatscht dieser Hebel erstmal hier auf diese Kurve und rastet dann erst später ein, damit man vorne genug Zeit hat. So, Taschanka? Jetzt bin ich mal gespannt. Das habe ich noch nie gemacht. Okay, der klappt irgendwie. Jetzt, äh. Ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt. Ein. Jo, geil. Ja, einfach mal auf eine Kutsche. Warum nicht? Ja, hat man auch so gemacht. So, ups. So, warum nicht? Taschanka. Goal. Scope, was kriegt die für einen Scope? Ach so. Ja, da wird einfach nur das Leiter-Visie aufgestellt. So weit. Aber das mit der Kutsche ist ja geil. Nice. So, jetzt nochmal. Im vollautomatischen... Heute habe ich es aber damit, die Sachen zu finden. So, jetzt nochmal im vollautomatischen Modus. Mal gucken aus einer Perspektive, wo man das auch gut sehen kann. Ein bisschen Dauerfeuer. Genau, Rainbow Six Siege hatte dieses Taschanka-Meme. Our Lord and Savior Taschanka. Das weiß ich allerdings auch nur, weil Seaman da ein Video drüber gemacht hat. So. So, Patrone wird oben gefangen. Jetzt, Moment. So, jetzt wird der Schlitten zurückgesetzt. Ist ein bisschen hakelig. So, der Schlitten wird abgesenkt. Neue Patrone rein. Alte Patronenhülse in diese Abfallröhre. Hier sieht man auch nochmal den Kniegelenkverschluss. Unter diese Feder und in diesem Federkasten konnte man bei einigen Modellen dann die Feuergeschwindigkeit einstellen. Je nachdem, wie viel Munition man noch hatte. Und das ist auch ein Nichts der Fallgurt, wo auch die Patronen nur nach hinten ausgezogen werden können. So. Rainbow Six Siege-Meme. Packt das Teil mal auf die Kutsche. Okay. So, als nächstes war gewünscht. From a Stop müsste bei Österreich rumgammeln. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe nichts vergessen. Und dann